Hi Leute, da mir ein bisschen langweilig ist, dachte ich mache mal ein kleines Vergleichsvideo für euch. In diesem Video zeige ich euch kurz die Unterschiede zwischen dem Medium Res und dem Hi-Res Mode von Command & Conquer 64. Das heißt, in dem Hi-Res Mode erhöht sich die Auflösung des Spiels etwas, was dazu beiträgt, dass man eine leicht verbesserte Übersicht hat und die Details der Spielfiguren etwas deutlicher sind. Um diesen Modus nutzen zu können, benötigt ihr übrigens das Expansion Pack, welches euer N64 um 4 MB RAM erweitert. Das Problem bei der ganzen Sache ist, ab einem gewissen Spielgeschehen wird die Steuerung etwas hakeliger, weil die Framerate in den Keller sinkt. Aber wie heißt so schön, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, deshalb viel Spaß beim Video. Das ist ein Bild, das ist ein Bild, das ist ein Bild. Das ist ein Bild, das ist ein Bild, das ist ein Bild. Das ist ein Bild, das ist ein Bild, das ist ein Bild. Das ist ein Bild, das ist ein Bild, das ist ein Bild, das ist ein Bild. Das ist ein Bild, das ist ein Bild, das ist ein Bild, das ist ein Bild. Das ist ein Bild, das ist ein Bild.